Bluttransfusion. Beim guten Dennis, der sich irgendwie es noch geschafft hat, in der letzten Folge hier reinzukriechen. Mein Gott, ist das heftig. Also es war ja mega Spannung. Daraus wartet ein Scharfschütze. Wir haben uns hier drin irgendwie verschanzt, weil wir den Typen nicht ausgemacht haben. Der ist richtig gut versteckt. Ja, und jetzt will der Benni hier eine Bluttransfusion durchführen. Dr. Benni? Ich brauche einen freiwilligen Blutspender. Das ist krass. Tommy, die Angelo macht's freiwillig. Tommy macht's freiwillig. Ich habe nichts gesehen und bin in das Haus reingekrabbelt, obwohl ihr mir geholfen habt. Ja, wir haben dich nur dirigiert und es hat aber funktioniert zum Glück. Ich weiß natürlich nicht, ob der Typ da noch ist draußen. Wird bei dir das Bildgrau, Tommy? Nee. Nee, das ist nicht so viel. Du hast mir doch auch schon mal Blut abgenommen, weil irgendwo sowas, als wir immer gezockt hatten. Okay. Tommy, du bist die einzigste Hoffnung. Doch, ein bisschen jetzt, ja. Ein bisschen? Ja. Also alle, die das Display gerade bei mir schauen, die sehen auf jeden Fall sehr viel. Ist ein Hörspiel bei mir gerade. Ist trotzdem irgendwie extrem spannend, weil man weiß nicht, was da ist. Ja, ist geil. Jetzt frage ich mal, ob ich dir das einfach geben kann. Ich bin so gespannt, wenn die Blutgruppe nicht stimmt. Dann bin ich tot. Oh. Hä? Wie gebe ich dir das jetzt? Shit. Mit ne Spritze von mir. Ich glaube, ich muss erst noch was bauen. Ja, create. Okay. Jetzt geht's vielleicht. Boah, der Typ würde so ein Obersahnestück erwischen, wenn er uns alle killt. Ja, Lungen. Das wäre so bitter. Der Lung ist ganz schön. Okay. Okay, jetzt geht's los. Jetzt passiert's. Moment der Wahrheit. Okay, du wirst natürlich dann verletzt sein, Dennis. Aber hauptsache ich bin wieder auf den Beinen. Ja, wir müssen dann sofort hier rausrennen und ab zum Flugfeld eigentlich. So, jetzt passiert. Und? Okay. Alter, wie geil. Noch bin ich bewusstlos. Noch bin ich bewusstlos. Oh, vielleicht reicht es auch nicht. Gebt dir noch mal ein bisschen Essen. Hüttern, Alter? Auch ein Foto des Tages mal wieder hier. Was für eine krasse Episode. Hä? Das geht ihm wieder nicht. Hast du dich bewegt? Ich hab nichts gemacht hier. Jetzt bewege ich mich, ne? Ja, lass es sein. Also, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Boah, der Typ, ob der noch da ist, Freunde? Ja, Alter, der ist doch nicht doof. Der wartet da. Ich guck mal gerade oben. Ich geh mal nach oben. Nein, sag mal, komm, opfer dich nicht. Nee, ich opfer mich nicht. Ich geh durchs Fenster lugen, ob der da irgendwo zu sehen ist. Jetzt hast du einen Headshot gleich. Ja, ich weiß. Mach's nicht. Riskier's nicht, ey. Deine ganzen Sachen. Alles ist weg. Ja, scheiße, Mann. Aber irgendwie müssen wir uns doch behaupten. Wir müssen doch hier rauskommen irgendwann mal. Ey, von wo hat der geschossen? Der musste eine freie Sicht auf die Straße haben. Der muss links oder rechts von der Straße sein. Weil der konnte uns ja nicht... An der Palisade, hinter der Palisade, konnte der uns nicht erwischen. Vorsicht, ich decke... Tommy, wenn du oben guckst, dann decke ich nochmal unten über die Tür. Weil wenn der reinkommt nachher... Benni, sag was. Ja, ich hab dir jetzt schon dreimal Kuhnfisch gegeben. Beweg mich aber, ne? Ja. Warte mal, ich hab vielleicht was. Benni, wenn du die Tür sicherst, dann kann ich ihm was geben. Der Tommy sichert die Tür, oder? Ach nee, du sicherst die Tür. Ich hab ja noch ein Medi-Kit und da sind noch Bandagen dran und all sowas. Ja, aber das bringt glaube ich nicht viel. Okay, ich sichere die Tür. Haut mal alles raus, was ihr habt. Ich google gerade mal nebenbei. Warte mal. Tut mir leid, dass ich... Essen bringt wahrscheinlich was. So, Moment. Ich packe jetzt mal ein Medi-Kit aus. Du deckst die Tür, ne? So, ich hab hier noch... Hm. Ja, so ein paar Bandagen. Water Purification hab ich noch. Eine Spritze hab ich auch, aber das bringt ja nichts. Ich hab noch ein Blood-Bag-Kit. Hm. Und so ein Starter-Kit, dieses IV. Ich lese gerade. Ich lese gerade. Man muss 20 bis 25 Minuten warten. Oh Gott. Oder du musst 10 bis 15 Minuten warten, bis du mal wieder aufwacht. Warte mal gerade. Kann ich das hier irgendwie auf dich anwenden? Kann ich nicht, ne? Dieses Starter-Kit, dieses intravenös, bla bla bla. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Sorry, Alter. Wenn ich so mache, kann ich nur sehen, was du hast. Was hast du denn Schönes? Brauchen wir mal den Dennis aus. 15 Minuten. EpiPen. Habt ihr das? Warum hast du das Buch dabei? Ach, guck mal. Hat der Alice im Wunderland. Hat er mitgenommen. Ja, für Tommy DeAngelo. Da wäre er mal wieder einsam. Warum hast du nicht diese Athletic-Schuhe? Die kannst du echt wegwerfen. Die werbe ich mal weg von dir. Ah, nee. Kann ich jetzt gar nicht, okay? Ah, doch kann ich wohl, oder? Nee. Du nimmst auch viel Schrott mit, ne? Ja. Naja. Wollen die Schuhe? Warum hast du so viele Schuhe dabei? Hat der einfach mal vier Paar Schuhe und eins an. Immer wechselt. Wollte ich mal einen Neustart machen? Ach, scheiße, Alter. Komm, müssen wir jetzt durch. Soll ich dir mit der Axt auf den Schädel schlagen? Weg. Warte, hättest du mich doch mit der Axt auf den Schädel schlagen lassen. Aber behalte bitte mal, ähm. Ja, wir lassen dich hier liegen. Du kriegst es wieder. Gibt auch einen EpiPen, den ich gerade. Ja, sag ich ja. Den brauche ich. Das freu ich dich. Soll ich den auf den Server? Wo bin ich? Kam bestimmt schon 10.000 Mal jetzt in den Kommentaren, wie wir das machen. Dafür bedanken wir uns natürlich auch herzlich. Aber bitte nicht uns für dumm verkaufen, weil wir sind halt noch neu in dem Spiel teilweise auch. Ach, der arme Dennis, ey. Das ist echt gut. Oh, Dicken Zombie. Ich bin wieder auf den Beinen. Aber ich glaube, das Problem ist, was ich hier gerade sehe. Da schießt gerade wer, oder? Gehen wir jetzt auf das Airfield? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie den... Nee, wir müssen hier die Stellung halten, oder? Wir müssen ja irgendwie den... Kamijobo bin ich. Kamijobo. Wie weit ist das entfernt vom Airfield? Ach, du Scheiße. Oh je, oh je. Das dauert die ganze Folge. Ach, fick die Henne. Ja, bringt ja nichts. Muss ich loslaufen, ne? Genau, dann mach du doch bei dir eine Poise hier nur lieber die nächste, Alter. Ja, dann werde ich jetzt, äh... Bei mir ist es einfach so, ihr könnt... Also bis hier in die Folge sehen. Und wo dann der Cut ist, geht es dann weiter. Vielleicht diese Folge oder in der nächsten Folge. Aber ihr hört mich noch beim Sarazar, beim Benni, beim Tommy DeAngelo. Ihr wisst Bescheid. Tommy DeAngelo. Okay, ich mach mal hier ein Päuschen. Und ich hab unter dem Video die Playlist von den anderen reingehauen. Also da könnt ihr die Folge direkt weitersehen. So. Ey, Jungs, ich bin gerade in der Wand zu Tode geklitscht. Nein. Ist auch tot. Nein. Ja. Wo? Nein. Ja, im Haus? Oben. Nein. Und dann ist auch alles weg von dir. Nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck you, Alter. Das ist so beschissen teilweise. Oh, du hattest so geiles Equipment. Du hattest ja alles im Grunde. Ja. Oh, nein. Diese fucking Häuser. Nie wieder Tommy DeAngelo Witze. Ne, ist euch echt lustig. Ja, dann habt ihr jetzt das gleiche Problem. Könnt ihr zusammen rüberlaufen. Wo ist er, wo ist er denn, Tommy? Oh Mann, wir sind voll geschwächt. Ach du Scheiße. Tommy, wo bist du denn? Äh, ich bin in... Ey, ich überlege gerade, ob wir einfach den, den so viel Kram vom Dennis mitnehmen wie möglich. Dann entgegenlaufen? Ja, und dem einfach das, was was geben. Aber ich hab fast gar keinen Platz, ey. Was hast denn du in dieser Kiste drinne, Dennis? Da ist Munition alles drin. Soll ich die mal mitnehmen? Nimm die mit, die ist wichtig. Okay, was ist dir noch wichtig? Nimm, äh, die, also meine Klamotten. Deck die Tür, ne? Deck die Tür, mein Lieber, bitte. Okay. Was ist ein Überlebenskampf? Die sind nur noch zu zweit. Ich nehme dir eine Gasmaske, nehme ich auch mit. Ne, die ist ja sicher. Ja. Und die Axt müsste ich eigentlich... Die Axt kann ich nicht... Kann man die nicht ins Gepäck tun? Die Axt? Die ist sehr groß. Ich glaube, die verbraucht den halben Rucksack so ungefähr. Ja, das empfinden wir davon genügend. Wo ist der Tommy? Wo ist der Tommy? Ich bin oben bei Berezino. Das ist also das Ende. Ja, dann töte dich nochmal. Oder statte dich in Berezino aus, aber dann läufst du echt lange. Ne, töte dich lieber. Dann statten wir euch hier zusammen aus. Ach, du hast ja einen Antibiotika, hattest du doch. Ja, von mir, aber das hat denn nicht funktioniert. Das nehme ich auch mal mit, zur Sicherheit. Okay. Ey, du hast eigentlich viel Schrott dabei, Dennis, ne? Mhm. Aber ich habe sie immer nach und nach ersetzt eigentlich. Ja, du hast die Klamotten gar nicht angezogen, aber die sind ruinierte Hunterpants und sowas. Hast du dabei? Ich weiß jetzt nicht. Was willst du denn noch haben? Nimm einfach mit, was du denkst, was wichtig ist. Ja, ein bisschen Essen mit Dennis, mit Benni noch mit, genau. Scope sollte man vielleicht auch mitnehmen. Ja, nimm das ruhig. Ich habe gerade schon das vom Dennis genommen, weil das war in einem besseren Zustand. Dann esse ich mal was. Flasche. Ah, das ist ein bisschen doof, dass man extrem weit weggespawn wird, also ohne Scheiß. Findest du ein Elektro? Ja, rennen. Wie lange brauche ich von Elektro zu euch ungefähr, Benni? 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, 10, 15 Minuten. Ja, ist leider so. Wir müssen uns vor allem hier rausbewegen gleich irgendwie. Und Tommy, du? Ich habe dieses Weapon-Flashlight, das werfe ich jetzt mal weg, oder? Ich habe mich da töten lassen, schau mal. Ich nehme ein normales Flashlight mit. Ah, der Tommy tut mir auch so mega leid, weil der hat ja wirklich den Megashit gehabt. Ah, das war noch viel ärgerlicher. Vor allem wegen so blöden Glitsch. Das ist immer so beschissen. Aber das ist in Early Access, muss man ganz klar dazu sein. Ja, ich weiß, aber man ärgert sich halt trotzdem mega krass. Naja, wir hatten auf jeden Fall eine geile Runde und es war mega spannend, dass es wenigstens die... Ja, schade, dass wir nicht ausmachen konnten. Ja, das ist echt schade. Und du bist einfach in die Mauer gerannt und dann durchgefallen, oder was? Ja, irgendwie. Ich hatte direkt einen schwarzen Bildschirm und da stand You Are Dead. Und deine Leiche ist auch nicht auffindbar. Vielleicht liegt die ja neben dem Haus irgendwo. Vielleicht, vielleicht, ja. Aber sobald ihr jetzt gleich rausgeht und ihr werdet abgeknallt, der Typ sitzt da bestimmt immer noch. Der ist doch nicht bescheuert. Also ich fühl mich immer noch da ansetzen. Da gibt es einen anderen Ausgang, warte mal. Hier kommen wir nicht raus, ne? Ich glaube nicht, dass du gleich auch irgendwo glitschst. Oh mein Gott, Benni, wenn du jetzt stirbst, dann bin ich aufgeschmissen. Also wenn, dann liege ich hinten im Garten, glaube ich, oder oben im ersten Stock. Ich halte die linke Seite, ich halte die linke Seite. Ist niemand an der Bushaltestelle. Geh nicht zu weit raus. Lass uns irgendwo in Deckung bleiben. Oh ja, da liegst du. Du liegst da. Sammeln alles ein. Ja, kann ich nicht. Wo liegt das? Du musst hier hinkommen. Wie lange bleibt die Leiche denn da liegen? Oh, nicht lange, glaube ich. Ein paar Minuten nur. Meinst du, ich schaffe es noch bis dahin? Liegt da auch die Waffe? Ja. Ja, da liegt auch die M4. Ja, tut mir leid, Tommi, aber dann würde ich deine Sachen aufnehmen so lange. Aber ich weiß nicht, ob ich es bis dahin schaffe. Scheiße, ich kann keine weitere M4 nehmen. Ich kann die Waffe nicht aufnehmen. Es ist so beschissen. Ich habe den Helm dir mal gestohlen. Oh, du hast echt tolle Sachen, Tommi. Fuck. Komplette Army-Ausrüstung auch und so. Ja, ich laufe jetzt von Solnitsch nie wieder rüber zu euch. Boah, du brauchst ja noch ein Stück länger Sicht. Das ist ja krass. Der Hunting-Bank-Bank. Wie gesagt, also das ist bei DayZ wirklich die absolute Katastrophe, dass ein Team so weit oder beziehungsweise ist klar, man möchte, dass das ein bisschen gegrenzt ist, dass die Spieler nicht sofort aufeinandertreffen, aber teilweise, wenn man zusammenzockt. Ich finde, das Spiel sollte wenigstens erkennen, wenn ich jetzt mit dem Benni oder mit dem Walle oder mit dem Tommi befreundet bin bei Steam, dass dann wirklich so eine Connection da ist. Weißt du? Man kann ja eine Gegenspawn vielleicht. Aber, komm. Ich probiere noch eine Gasmaske irgendwie mitzunehmen. Ich lasse dafür meine Sonnenbrille da. Man spawnt ja generell nur in drei oder vier Orten. Ey, das ist so scheiße. Ey, die M4 musst du dir irgendwie... Die müssen wir uns hier holen. Wir müssen... Ey, Benni, hinter dir, Alter. Du stehst da die ganze Zeit. Geil. Stell dir mal vor, der kommt, der war doch von da hinten auf der Straße, der Typ, oder? Ne, ne. Ich glaube, der ist auf dem Airfield. Dann sind wir hier safe. Der ist bestimmt im Airfield oben im Turm, oder? Ja. Ich kann da leider nicht reingucken von hier aus. Warum bist du so weit weg? Ach, scheiße. Ich glaube, zu zweit ist das auch eine Katastrophe. Wo sehe ich denn den Zustand der Waffe? Das würde mich mal interessieren. Gibt es irgendwie nicht. Da steht ja gar keine Angabe. So, ich renne hier die ganze Zeit an Zombies vorbei. Ach ja. Habe ich jetzt meine da hingelegt? Ne, ich habe jetzt noch zwei dabei, oder? Ah, ne, meine habe ich jetzt hingelegt, ne? Zwei schöne 30er-Magazine. Boah, ey, das ist blutet, da blutet das DayZ-Herz, ohne Scheiß. Oder das DayZ-Herz, je nachdem wie ihr wollt. Was ist das für ein Geräusch? Ich lade gerade nach. Mit den schönen neuen Magazinen. Ja, ich hatte einen 40er noch im Start, das habe ich da reingetan. Cool. Ich tue, dass andere wieder reinlegen in die Waffe, die ist dann auch kämpfbereit direkt. Ich habe ja noch einen 26er. Boah, ich bin auch verdammt gut dabei eigentlich, aber was daran liegt, dass ihr auch gestochen seid. So, ich verlasse gerade Elektro. Aber jetzt brauche ich alleine schon so lange nach Kammisch, äh, was machen wir denn jetzt? Bleiben wir hier stehen? Das ist natürlich heftig. Boah, das hätte ich auch gerne. Das tut mir echt leid irgendwie, ey, das tut mir echt leid. Ich habe sowas noch, Alter. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, guck mal hier, kriegst du von mir. Zack, nimm's dir. Kann ich auch noch was mitnehmen vom Tommy gerade. Können wir euch zumindest ein bisschen aus... Wir müssen hier warten, deswegen ist einer von den Jungs, die die Waffe kriegt. Dann müssen wir nur noch schnell eine M4 besorgen. Ja, es geht echt schneller, als auf das Airfield zu gehen, hast recht. Sorry, Freunde, wenn wir jetzt hier warten, aber es wäre echt unkolegal, irgendwie jetzt hier alles... Oder wir machen einfach einen Cut in dieser Folge und hängen dann die, wenn wir da sind, wieder dran. Das ist aber auch spannend eigentlich, wenn jetzt irgendjemand kommt und wir haben da hinten geschnitten, dann ist irgendwie... Und mir will ich das ja am liebsten, ich finde das ja immer so blöd, wenn man so viele Cuts setzt, am liebsten will ich es ja komplett zeigen, wie es ist, weißt du? Weil es gehört ja dazu, dass man für die anderen Wache hält, so ist es ja. In mir ist es auch ein Adrenalinkick, wenn man weiß, dass da irgendwo einer mit einem Scharfschützengewehr sitzt. Und man vergisst es immer wieder und dann erinnert man sich immer wieder dran. Ich habe ein bisschen Angst, dass der da vorne um die Straße kommt, Benni. Bist du sicher, dass er da... Ah ja, jetzt habe ich es gefunden. Ich glaube aber, der ist nicht mehr da, oder? Ich gucke mal gerade, ob die Leiche von Dennis noch da liegt. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht zu recherchieren. Ja, deine Leiche liegt noch da. Okay, wenn meine Leiche da noch liegt, dann muss die Leiche von Tommy auch noch da liegen, ne? Oder? So ein anderes Weapon-Flashlight. Ja, Tommy liegt auf jeden Fall auch noch hier. Hier liegen alle da. Ich versuche es auf jeden Fall zu packen. Ich bin jetzt echt schon ein ganzes Stück weiter... Ich hätte beinahe draufgeballert. Das wäre es gewesen. Eigentlich wäre es ja noch die Leiche von Tommy sichern, weil die M4 ist mehr wert als der Rest. Aber draußen ist es so gefährlich. Ja, du hast recht. Ich würde nicht rausgehen. So, ich lasse jetzt die Klamotten an. Dann kann man sich auch von euch unterscheiden, ne? Ach ja. Den mit dem Weißen. Dann sehe ich den nicht so ähnlich. Den Helm finde ich irgendwie blöd. Hilft der irgendwie? Oder ist der einfach nur doof? Der Helm? Ja. Ich finde, der tarnt am besten, weil der auch grün ist. Ja stimmt, ich bin jetzt eher im Stadtlook, ne? Ja, Asphalt kann man sich auch drauf tarnen. Mit anderen Sachen dann. Da bringt das Grün nicht so viel auf dem Grau. Da bist du natürlich ein leichtes Ziel. Ja, und eigentlich ist es in den Städten gefährlichsten. Eigentlich ist es fast Asphalt eigentlich am sinnvollsten. Deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen diese Weiße. aber geht natürlich nicht komplett auf. Die Weste ist da natürlich auch eine ganze Nullnummer, ne? Okay, also sollen wir mal irgendwie uns hier umschauen, gerade in den Häusern wenigstens? Hm. Ich überlege, ob der Typ überhaupt noch da ist. Ja, stell dich mal auf die Straße. Falls du gleich rausgehst, zack, Headshot. Und dann schreist du. Oh, das wäre blöd. Oh, ja. Du bist tot. Oh Gott. Ich habe ihn erledigt. Nein, doch nicht. Doch nicht. Oh mein Gott. Noch einer, oder was? Ich hatte so geilen Scheiß. Ja, wie gesagt. War der direkt vom Haus, oder was? Ja. Da muss einer kommen, Benni. Oh Gott. Benni, ich versuche mein Bestes. Ich renne schon wie Forrest Gump. Oh, ich hätte fast so verkackt, ey. Benni, bleib in Deckung. Bleib in Deckung. Ach, du heilige Scheiße. Benni, ich versuche dir echt zu kommen. Ja, so läuft es bei Daisy. Gerade rausgekommen und zack, er hatte mich einer erschossen. Er hatte Tommys komplettes Equipment an, glaube ich. Was macht der? Scheiße. Er hatte Tommys komplettes Equipment an. Wir hätten Tommys Weileiche bewachen sollen. Fuck. Naja. Ähm, wie heißt der? Der ist da draußen noch. Der ist da draußen noch. Ich komme nämlich gerade nicht rein. Einfach auf Verlauf. Einfach auf Verlauf. Oh, ich weiß nicht, wie voll mein Magazin ist. Benni. Ein Schuss. Benni, bleib in Deckung. Ach, du Scheiße. Benni, bleib in Deckung. Ey, jetzt tauscht er das nicht. Ich hasse das. UK Survival war das, oder? Nee, stopp. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oh Gott. Shit. Oh, jetzt muss ich mich auf gut Glück einloggen. Oh mein Gott, ist das heftig. Nee, das war der falsche. Ja, ich sag dir, wenn du drauf bist. Ich hab das hier offen. Okay. Scheiße, Mann. Bin ich erschossen worden. Ich hatte einen supergeilen Scheiß. Ach, ja. Kamnt ihr zu euch da rein, oder was? Nee, wir sind einfach dumm ums Haus gelaufen. Ja, ich hab gesagt, bleib drin, die Nassen. Warte, ich kann doch auf die History gehen. Ich bin so perplex gerade, aber ich bin auf dem richtigen. Okay, pass auf. Bin ich auf dem richtigen? Ja. Wo bist du denn gespawnt? Äh, Benni, ganz kurz. Nee, gar nicht. Doch, doch bin ich. Ich guck gerade. Ich hab auf jeden Fall schon mal den Hafen, glaube ich, hier im Sicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch pack bis dahin. Da ist das zerstörte Gebäude auch. Vor allem kenne ich mich nicht hier aus. Oh mein Gott, alle Sachen weg. Wo bist du denn, Walle? Ich bin, weiß ich nicht. Ich hab das echt noch nicht rausgefunden. Ach, fuck, Leute. Ohne Straße, such eine Straße. Ja, ist so. Ich dachte nicht mehr, dass der da ist, ey. Oh, ich wüsste echt gerne, ob ich den erwischt habe. Was ist denn das denn für No-Lifer? Benni, bleib aber in Sicherheit. 40 Minuten dahin zu klemmen, Alter. War das derselbe? Und jetzt den ganzen Weg marschieren, ey. Super geil. Ah, es war aber geil. Also Action-mäßig war es saugeil. Sorry, auch wenn ich gestorben bin. Es tut mir echt leid. Ich fack mich auch echt ab. Aber irgendwie war es gerade das, was das Spiel ausmacht. Weil, boah, ich bin echt voll perplex gerade. Boah. Mega, ich konnte es nicht fassen, als er mich gerade erschossen hat. Ich konnte es nicht fassen. Vor allem, der hat ja nicht mal Verhandlungen gewollt. Er wollte direkt abknallen, der Dreck sagt. Man hätte ja sagen können, okay, ne? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war wieder zu unvorsichtig. Und das lehrt mich immer wieder, das Spiel. Ich habe euch das noch gesagt. Du hast es gesagt, ich gebe es zu. Aber man will halt... Boah, ich würde jetzt gerne gucken. Nein, Benni, Benni, nein. Und das ist es. Nicht, nicht, Benni, nicht. Ich bin erinnert, ob ich ihn erledigt habe. Ich habe ungefähr 70% von deinem Weg. Also, ich bin jetzt hier gleich in der großen Stadt hier. Das bringt dir aber nichts, wenn er da ist. Ja, aber vielleicht ist es überraschend. Ich muss ja nur in dein Haus kommen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich glaube, ich bin ja irgendwie bei Solnitschni oder so. Ja, du brauchst gar nicht drüber nachdenken. Stell dich auf die Straße und renn. Ja, mache ich auch gerade. Mach, dass es mehr links ist und zack, los. Die Folge ist echt der Renner, sage ich mal. Dann geht die eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht kann es mir einer von euch sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mir gerade ganz halb gar nicht. Wir können mal kurz stehen bleiben und gucken hier. Moment. Die geht, ja, so 20 Minuten geht die bisher. Vielleicht sollten wir das noch machen, bis ich beim Benni da ist. Dann haben wir wenigstens ein Ereignis noch hier. Fünf Minuten brauche ich noch, Benni. Du bist noch am, ja. Was zieht denn da gerade bei dir, Benni? Aber rennert ich jetzt auch nicht mehr so die Fisi-Action. Ja, aber es ist natürlich... Irgendwie zu den Leichen am Rennen. In der Hoffnung, dass da noch irgendwas liegt von uns. Das ist natürlich dann, äh... Das ist eben die Schattenseite von diesem Let's Play, ne? Es kann so und so kommen. Das Problem ist... Ich gehe jetzt gucken. Nein, Benni, nein. Ich gehe jetzt gucken. Benni, nein, Alter. Aber das Problem ist, Benni, wenn du stirbst, dann ist alles weg. Dann haben wir alles weg. Deswegen bleib da, Benni. Bleib da. Dann ist keiner mehr da, der dir die Leichen sichert. Warte wenigstens, bis einer da ist. Und der hat dich gesehen. Der weiß 100% pro, dass du da bist. Der wird sowas von auf die Tür halten. Mach mal die Tür auf und ganz schnell wieder... Geh ganz schnell zurück oder so. Die Tür ist offen. Ich würde einfach warten, Jungs. Ohne Scheiß. Bis einer noch von uns da ist. Weil dann kann der eine... Nee, dann drückst du F, wenn der plötzlich vor dir steht und schießt. Das würde ich jetzt zulassen. Lass zu, Benni. Komm, mach den Residenz. Alter, wie doof ich darauf reinfallen konnte. Ich war wieder zu unvorsichtig. Ich doof Arsch. Ja, ich weiß. Aber das ist die Neugierde eines Menschen. Das ist ganz normal. Ja, ey, sorry. Ich hätte mich jetzt auch interessiert. Nach der langen Zeit hätte ich nicht gedacht, dass... Ja, ich dachte... Niemals dachte ich, dass der da noch hängt. Das ist nochmal das, was ich immer sage. Man sollte nie die Community von DayZ unterschätzen. Die Leute, die sind wirklich brutal teilweise. Und deswegen habe ich dem Typen vor zwei oder drei Folgen auch nicht getraut. Weil manche Leute sind so krass, ja. Ich habe gesehen, dass die dann welche fesseln, die ganzen Klamotten von denen nehmen und dann lassen die den wegrennen und knallen die dann in den Rücken. Solche Geschichten halt, weißt du. Das ist alles hier knallhart und ohne Herz und... Ohne Wenn und Aber. Genau. Also in DayZ ist wirklich... Ach ja, man sieht es jetzt. Boah, ich habe mich gerade noch so gefreut, dass alles so cool war. Und dann zack, immer wenn ich mich so freue. Tja. Wird. So läuft es. Aber es war ja spannend und man muss ja auch ganz ehrlich sagen. Augen zu und durch, Augen zu und durch. Wir sind hier alle gestorben, alle zusammen. Außer Benni, der hat die Stellung gehalten. Und ich bin durch Leichtsinnigkeit wieder, habe ich ins Gras gebissen. Aber so passiert es. Und ich hätte natürlich jetzt auf fünf Stunden in der Bude hocken können, wäre aber dann ein bisschen lame gewesen, dachte ich. Officer, let's play. Aber wenigstens haben wir jetzt Klarheit. Wenigstens haben wir Klarheit, dass der Typ hartnäckig ist und die Sachen haben will. Dass er da wartet. Ich meine, das ist eine super Beute. Zehnmal besser als das Airfield, ne? Und das Geile ist, ich weiß immer noch nicht, wo ich genau bin. Ich habe das dumpe Gefühl, dass ich in der Nähe von Solnitsch nie wäre. Aber ich bin mir nicht sicher. Ben, ich bin jetzt in der großen Stadt. Hast du gehört? In Cerno. Hier ist ein Schild. Ich habe leider keine Map auf. Ja, dann wieder am Meer entlang, ne? Ja, ja. Ich glaube am Hafen lang. Und dann kommt ja gleich wieder dieser Steg. Und beim Steg... Boah, aber lass dich nicht töten, ne? Wo bist du denn genau? Ach du heilige Scheiße. Ich bin in Balota. Ich bin noch nördlicher. Ich bin so weit weg. Aber vielleicht bist du auch in Bericino gespawnt. Dann hättest du dich auch lieber umgebracht. Hier, Benny, du musst mich mal kurz wenig hier helfen. Soll ich mich auch nochmal umbringen? Ich bin gerade bei Kambi Shoro. Reiche ich jetzt gerade erst? Du musst an den Zelten vorbei eigentlich noch. Wenn er noch mehr geht. Nee, soll nicht. Schnee reiche ich jetzt gerade erst sogar. Ja, aber wie finde ich dich? Wo bist du drin? Hm. Ja, in einem Haus. An der Bushaltestelle. Direkt an dem Airstrip. Ja, das kann auch nach hinten losgehen. Aber wenigstens wissen wir dann wieder Gewissheit. Mit dem nicht umbringen lassen, ne? Ja. Jetzt kann ich doch einmal mit Bericino oder sowas noch weiter weg. Ja, dann bin ich nicht gerade hierher gekommen. Ohne Witz, da musst du durch. Ich bin, glaube ich, aus Bericino. Ich muss da raus. Nee, 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 nee. Du nicht, du nicht. Bleib du da, wo du bist, Benny. Aber die Leichen liegen da noch, ne? Ja, Benny. Ja. Ja, deine zumindest. Hat er die auch gelootet? Nee. Boah, ich hoffe, ich habe den erwischt, ey. Sonst ist der abgehauen mit dem ganzen Zeug. Ja, das ganze Zeug kann er ja gar nicht tragen. Die Sachen vom Tommy sind wahrscheinlich eh kaputt. Den habe ich ja abgeknallt. Also das meiste ist dann badly damaged oder ruined. So, ich bin jetzt, ich verlasse jetzt gleich den Ort hier. Bei ruined gehen die Sachen dann nicht mehr. So, wie lange dauert es von dieser großen Stadt nach zu dir, Benny? Ich bin in Solnitschny, Leute. Ich glaube, wir können ja mal eine kleine Folgenpause einlegen, weil ich renne jetzt mindestens noch eine halbe Stunde. Ja, dann machen wir das doch. Oh, nee. Und dann sehen wir uns wieder, dann hoffentlich mit unserem Equipment. Es bleibt spannend und es tut mir leid. Ich bitte die müde, die jetzt sagen, äh, jetzt noch kommen sehen müssen, warum bist du losgekommen? So ist so, Augen zu und durch. Und so ist es leider. Da gibt es gar nichts zu meckern und damit muss man auch leben. Und hier fallen gerade schon wieder Schüsse. Na toll. Und vielen Dank an euch allen, die da zusehen und bitte nicht die Hände so vor das Gesicht schlagen und sagen, Mann, sind die blöd manchmal. Wir sind halt neugierige Menschen. Wir müssen im Let's Play auch für Unterhaltung sorgen. Ist ja blöd, wenn wir dann irgendwo immer rumhocken. Und der Walle ist sowieso ein bisschen neugierig. Immer, das wissen wir ja. Immer. Aber muss so sein. Muss einfach so sein. Ja, finde ich. Das ist, äh, das ist so im Leben, ne? Vielen Dank, bis dahin. Oh mein Gott, da habe ich ins Gras gebissen. Alter Schwede. Und es bleibt spannend. Werden wir unsere Sachen wiederbekommen? Immer wieder diese Rucksackentscheidung. Aber so ist es nun mal in DayZ. Leichtsinn, der war zu viel. Drückt uns die Daumen, Freunde. Drückt uns die Daumen, dass wir wieder zurückfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020